Die National Security Agency ist wohl der teuerste, mächtigste und, zumindest bisher, unauffälligste Geheimdienst der USA. Das Hauptquartier der NSA liegt nordöstlich von Washington. Rund 30.000 Abhörtechniker, Computerexperten und Verschlüsselungsspezialisten betreiben hier die Signal Intelligence, die elektronische Aufklärung der USA. Viele der abgefangenen Daten sollen bald hier gespeichert werden. Im neuen Datenzentrum der NSA in Utah. Die Computerleistung gibt der Geheimdienst nur mit einer Fläche an. Nur die Hochleistungsrechner allein nehmen hier ein Hektar Grundfläche ein. Die Menge der speicherbaren Daten ist gigantisch. Schätzungen gehen von 5 Zettabyte aus. Das entspräche der Speicherkapazität von 5 Milliarden haushaltsüblichen 1 Terabyte Festplatten. Etliche dieser Daten dürften aus Deutschland kommen. Die NSA hatte hier im Kalten Krieg ein dichtes Netz von Abhöranlagen eingerichtet. Die meisten dieser Horchposten dürften aufgegeben oder, wie die Großanlage im bayerischen Bad Aibling, an den Bundesnachrichtendienst übergeben worden sein. Drei Standorte betreibt die NSA in Deutschland offiziell. Das Europabüro des US-Geheimdienstes in Stuttgart, ein Zentrum im europäischen Hauptquartier der US-Army in Wiesbaden und das European Cryptologic Center in Darmstadt. Dieses Informationssicherheitszentrum wird intern als einer der wichtigsten Standorte der NSA bezeichnet. Rund 1100 Geheimdienstler sollen hier in dem wohl weitgehend unterirdisch angelegten Komplex arbeiten. Nicht weit entfernt, in Frankfurt, findet sich der weltgrößte Internetknoten Dezix. Vor kurzem kam der Verdacht auf, die NSA würde hier massenhaft Internetdaten abschöpfen. Die Betreiberfirma und die Bundesregierung dementierten das jedoch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020